Jetzt bin ich im Ofen. Ey, sie sind so bescheuert. Oh, warte. Doch, da kann ich ganz normal runter, sobald der Fachdingsbums scheiß der Ofen da weg ist. Und zack durch. Ey, wie hacken. Ach so, ja, dann müssen wir, glaube ich, diese so weg. Aber die sind eigentlich im Prinzip ganz einfach. Ja, die können ja ich und das Ding dann übernehmen. 24 Stunden. Ja, sag mal Charakter, hallo. Ja, jetzt. Ne, ich springe ja nicht runter. Ich will, ich möchte da vorsichtig vorgehen. Aber ich werde die echt nur um diesmal nie so... Geil, Katzin. Die ist völlig unnötig. Die ist völlig unnötig. Man down, grab the cards and get inside. You can't get down to the server farm to the main doors. All around the side of the facility. Das ist alles kommend. Die ist völlig unnötig. Man down, grab the cards. Nicht mehr. Ja, wo? Ja. 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 Schleichen, muss halt bloß aufpassen wegen den Wachen und wegen den Kameras. Ja, aber da gibt es eine spezielle Strategie. Okay, ich übernehme dann D mit Hacken. Okay, clean up. Ach da, es war nun mal scheiße hier. Hier geht es nicht lang. Okay, sehr gut. Boah, ich gehe nur da rein, du Esel. Hallo. Zack. Eins ist richtig. Oh, nee. Also an sich ist es eigentlich ganz einfach, aber... Okay. Ja, wenn es gar nicht geht, dann können wir es übernehmen. Also ich habe es. Soll ich zu euch kommen? Klappt. In welchem Ölgarten bin ich jetzt hier gelohnt? Ach du Scheiße, na super. Warte, ich kann von oben schützen. Oh Gott. Komm, weg mit dir, du Elefant. What? Ach so, ich dachte gerade schon, ey. Ich dachte gerade schon, wir wurden wieder zurückgesetzt. Müssen wir das jetzt rauskämpfen oder was? Oh, nee. Oh, ne raus. Einfach nur rennen. Und die Tremmen um. Den Dorf, oh Scheiße. Oh Gott. Ach, Junge. Ich hoffe, dass es da nicht wieder diese scheiß Bonner-Notre stehen ist. Oh, nee, natürlich. Oh Gott. Hä? Hä? Nee, der Bulle, der ist bei mir irgendwie nicht gestorben oder wie auch immer. Der hat sich bei mir weggeglitscht. Ich will einfach mal durch die Scheibe durchschießen, wenn es aber nicht geht. Naja. Oh. 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 Alter, ach komm, oh ne, ach nein, ach komm, ey, das ist so als ein Scherz, oder? Ey, das, alter, ey, das kann doch nicht wahr, ich glaub, diese Spiele würden uns verfluchen, ey. Ey, das kann doch nicht wahr, so. Oh ne, ach, jetzt sind da wieder zwei Polen an der Treppe rum, ach man, ja, ich hab die schon, weg mit denen, oh Gott. Oh, oh Gott. Oh, shit, right there! Oh, no! Oh, no! Oh! 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 Uh, not to alarm you, but there is quite a gathering of people outside the building right now. I've got the elevator on override. And you're all there, I'll send you up. I say, there... There's no one with Raketen-Wirfer or not. What are they doing there? Say... Are they stupid in the head? Well... I think I'll do the whole thing... I think I'll do the whole thing... I think I'll do the whole thing... I'm going to shoot the Raketen-Wirfer. Oh! The base is not a bullet! Oh, God! Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, my God. Hey, this isn't it. nicht hier scherbelts und fliegt alles in die luft hier fliegt querbeet alles in die luft ach 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 wie viele versuch ist es der fünfte oder der sechste mittlerweile der siebte die 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 Ey komm Ey das ist doch ein Scherz Das ist die Versuche Ich hab schon lange keine Snacks mehr Snacks kenn ich überhaupt gar nicht Aber echt alter Oh my god Nein 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 das stimmt doch gar nicht Das ist gelogen Hast du eine Weise dafür? Okay Oh nee Digger Oh boy Okay Oh 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 Ey das ist doch ein Scherz Ach komm Ey Ich verreiße Spiegel in zwei Stücke Ey das ist doch ein Scherz jetzt oder? Ey das kann doch wohl nicht wahr sein Ey das kann doch wohl nicht wahr sein Ey das kann doch wohl nicht wahr sein Ne was ist denn das mit Ey ganz ehrlich Mann ist das wirklich ein Scheißspiel auf Rudeutsch Genau Ey vor allem das ist ja gerade das Problem Die überprüfen es nicht so und hauen es einfach direkt raus Schätze einfach mal die ganzen Fehler auf Anhieb beben und dann das Update raus dann nochmal gründlich zwei oder dreimal drüber schauen Aber nee Und dadurch passieren solche Fehler und dann wundern die sich wenn manche Leute ausflippen Ja Hä Das war das denn kaum Nein 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 Boah Gott. Hey, was ist denn das so ein Puck? Hey, ganz ehrlich, alle bricht die Mission ab, das ist ja kein Sinn. Und wie? Hä? Ja, okay, ja. Okay, vielleicht bringt das tatsächlicherweise was. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich, das bringt tatsächlich was. Alle, alle, ganz ehrlich, das ist doch komplett bescheuert. Nee, die sehen nicht, ja, von hier aus nicht. Ja, okay, es sei denn, es sind Bullen, die durch Wände sinken können. Dann wundert es mich nicht, wenn das Spiel manchmal ein bisschen bescheuert ist im Kopf. Boah, Junge, 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 Alter. Jetzt einmal ich Blaschen, dann Ding Blaschen. Krass. Boah. Boah. Halleluja, Alter. Ey, aber das war's jetzt wirklich, Alter. Also, äh. Es ist mit, Alter.